Dann gehst du auch hoch, ne? Nein, ich bin gar nicht dran hier zu sein. Oh nein, meine Set-Dinger sind weg auf den Pfad. Möchtest du das eine Item halt so, Mensch? Da musst du das Spiel aus und wieder anmachen, damit das Set da ist. Mach ich auch, wenn ich das Item... Ja, ja, musst du irgendwo mit hoch, oder? Nein, schön. Ich möchte noch den Ring, vielleicht noch hoch. Werde Hauptsache. Ah, mein kranker Pinat und Spass ist keiner in Wildtown. Ganz, dein Stab sieht uhr-nice aus. Weiß nicht. Hab ich den Fak... Den übel Style. Ja... Week in the Family. Auaah! Nice grip! Und... Und ich soll Toren nehmen. Hast du den nicht bekommen gehabt? Das war's nicht. Okay. Komm, nimm mit, das ist gleich Phasenübergang. Jetzt ist Phasenübergang. Hey, yo. Hey, yo. Bang, good up! Welche Richtung war noch mit der Schnelle? Warte, ich mach gleich ein Markchen. Ich kann Morden vom Zwischenunterscheiden. Ich auch nicht. Kannst du rausgehen, okay? Mach doch selber den Debuff weg, wenn's geht. Geht weg vom Panzer, weg vom Panzer, weg vom Panzer! Ja. Doch, war ein bisschen besser. Boah, wir brauchen... Ja, die Spell... Wir haben rausgenommen. Medis will auf den Panzer, Rest auf den... ...binnen etwas. Hast du einen Mark gemacht? Ja. Blau. Da fällt der Panzer grad drüber. Ah, da. Die, die hoch wollen, müssen... Oh, wir müssen das Marken gleich. Ich glaube, wir können warten. Oh, sorry. Na, jetzt ist wahrscheinlich keiner aufgekommen, ne? Doch, genau. Oder? Perfekt. Hi, wir haben einen Panzer, oder? Okay, Panzer töten. Inbad Chicken ist oben. Bitte Panzer töten. Danke. Mark ist schon wieder weg. Wir müssen gucken im Hallkreis. Hm. Verspricht. Oh, ich muss halten. Komm mit dem Panzer, komm mit dem Panzer. Ja, ist egal. Ja, der macht so weiter. Vielleicht nicht ganz an den Rand laufen. Ja, der kickt mich, weil ich kein Ding hab. Oh, du bist mir hoch. Und hier? Ja. So, wenn er mit dem... Ja, der ist auf mir. Aufpassen. Weg für ihn, geht's hoch. Gut, mach den Panzer kaputt. Ist auch. Ja, ist okay, ist okay. Weiter war's los. Ach, Feuer auf. Weg vom Panzer, weg vom Panzer, weg vom Panzer, weg vom Panzer, weg vom Panzer. Vielleicht möchte ich ihn dann nicht wegspringen. Ich weiß nicht, hab ich das überlegt oben. Sollen wir gleich einfach nochmal neu anfangen? Nee, nimm den Bars einfach. Boah, das geht grad so. Geht schon. Haben wir eh gleich Phasen übernommen. Zieh mich hoch, bitte. Ich setze den 2-Range-Bars. Jetzt hab ich dich in 4-Range. Und save dich auch. Oh, das passt. Wenn der Boss steht einfach, dann komm zu blau. Mach an AT, wenn der Boss steht. Bringt uns abfangen. So, Hatego. Ich muss noch einen Range mit vorne dann abfangen. Ich fange das hier mit. Auf den Seiten. Hab mich geopfert. 5, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ich will den Hintertank-Hilfe stellen. Ich will den gleich da raus. Jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Opfern zur Not für die Teile. Das nur Mitte muss weg. Ja, sehr schön. War zwar kein schöner Kill, aber drauf geschissen. Einfach die Divas jetzt noch raus nehmen. Gut. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, immerhin. 1, 2, 1. Ja, immerhin. Fast hässlich geworden. Ja, wie du. Ja, wie du. Richtig. Oh, da ist ein Mount drin. Ich bin hier und staune. Ich bin hier und staune.